Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Big Band mich geprägt hat. Obwohl Big Band eigentlich gar nicht meine Musik ist, aber das war schon sehr aufregend. Aber ich verbinde damit eher Nervosität, wenn ich an meine Jugend denke. Inzwischen bin ich da schon sehr viel lockerer geworden, aber es war ein harter Weg.